Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel und dem Replay von Ancient Art of War in the Skies. Mein Name ist Selma und das letzte Mal haben wir herausgefunden, dass die Schwierigkeitsstufe 9 wirklich schwer ist und wurden regelrecht überrollt, nicht nur mit Anzahl der Einheiten, sondern auch wie gut die KI kämpfen konnte. Das versuchen wir jetzt mal zu ändern, weil wir sind jetzt in der nächsten Schlacht, in der zweiten, Battle of Marne. Hier, ich lese kurz die Story dazu zu und dann gucken wir uns mal die Story aus dem Spiel an. Das kommt jetzt aus dem Handbuch. Nach dem Blitzkrieg durch Belgien rückte die deutsche Armee bis auf 50 Kilometer gegen Paris vor, bevor sie entlang der Marne aufgehalten werden konnte. Diese Linie beschrieb später die Westfront. Bei diesem Unternehmen kämpfen sie in der französischen Armee und müssen den Vormarsch der deutschen Armee aufhalten. Versorgungslager entlang der Front stehen für die Stärke der deutschen Streitkräfte. Die französischen Bomber sind nach den Städten auf der Karte bezeichnet. Aha, ok. Frühere Luftkampftaktiken werden von Bölke beeinflusst. Da müssten wir dann gleich mal zurückblättern und gucken, was der, der steht hier bestimmt als Ast drin. Müssen wir gleich mal gucken. Read Story. Die ist ja ein bisschen anders. The Battle of Marne. The mighty German army is moving towards Paris. Belgium has fallen. The Hun is at the door. Lock the window and hide the children. Is there anyone that can save us? Jetzt gucke ich gerade nochmal nach Bölke. Jagdflugzeuge. Geschichtlicher Abriss des Ersten Weltkriegs. Das ist auch sehr interessant. Ich hatte da als Vorbereitung mal reingelesen. Bölke beschützt sein Territorium mit einer undurchdringlichen Verteidigung und greift ihr Geschwader an, sobald sie sichtbar werden. Im Angriff haben seine Bomber eine tödliche Genauigkeit, die nur von Richthofen übertroffen wird. Der hat doch nie Bomber geflogen. Wahrscheinlich sind hier Jäger gemeint. Wenn sie gegen Bölke fliegen, können sie sich darauf verlassen, dass gegnerische Geschwader zusammenarbeiten. Er setzt im Gegensatz zum Einzelgängertum auf das Fliegen in enger Formation. Er lehrt seinen Jasta-Piloten im Kampf zusammenzuhalten und dass es nicht darauf ankäme, wer den Treffer erzielen würde, solange das Geschwader siegreich blieb. Wenn sie auf ihn herabfliegen, können sie erwarten, dass er sich herumwenden wird, um ihnen frontal zu begegnen, als ihnen auszuweichen. Also, okay. Schauen wir mal. So, Rules. Ach, steht hier ja. Kaiser Wilhelm II. und Bölke. Das mit den Gegnern, auch sehr merkwürdig. Okay, wir sind grün. Den Gegner sehen wir immer. Your factories build fighter often, build bomber often, enemy aircraft range is short, unsere ist auch short. Achso, das ist gut. Wir gehen. Schauen wir da mal rein. Was? Can vegetables fruit and the Kaiser too? Mhm. So. Das mit der Maus, die geht ein bisschen besser. Ich versuch's mal. Time slow, das hat nur... Wo die Grenze sind... Wie... Moment, Moment. Wir sind unten und haben zwei Flugplätze. Das ist zum Glück ein bisschen übersichtlicher. Ich denke wir sollten erst mal diese Depots hier angreifen. Oh, aber reichlich Flieger. Das sollte ja relativ zügig gehen. Jetzt lassen wir die gleich erst mal starten. Dann nehmen wir unsere Bomber hier. Das nächste hier. So, wo ist denn deren Airport? Oh, da sind auch reichlich Bomber drin. Und hier ist auch eine. Also, die haben auch zwei. Die haben mehr Bomber, aber dafür weniger Jäger. Stimmt das? Ja. Ne. Die haben... Ja doch. Ist richtig. Das obere sind Bomber. Die haben mehr Bomber und weniger Jäger. Okay. Gut. Lassen wir die kurz starten. Weil ich den... Ich weiß nicht. Achso, das ist als wenn ich da drauf klicken würde. Kann ich den jetzt sagen. Hier, ihr. Fixed Flight Plan. Defensive, Defensive, Cautious. Tech Speed, Conserve Fuel, Cruising Speed. Ich weiß gar nicht genau, worauf sich die Höhe auswirkt. Vermutlich. Ne, dann landet er sofort wieder. Lassen wir den da auch mal hinfliegen. Dann wieder zurück. Da könnte ich gerade noch mal im Handbuch nachschauen, was die Höhe bedeutet. Berge, Brücken, das sind die Bodenarten, Ziele und Terrain, Hauptstadtdörfer. Was hatten wir? Versorgungslager. Versorgungslager beliefern die Front mit Treibstoff und Munition. Nach den Städten sind sie ihre zweitwichtigsten Spielsteine. Obwohl ihr Gegner die Versorgungslager unterschiedlich bewerten, gehören sie doch immer zu den strategisch wichtigen Zielen. Beschützen sie sie, denn sie sind gewöhnlich nicht stark verteidigt. Ja, hoffen wir, dass die Taktik aufgeht, dass wir das angreifen. Kampagnen kopieren. Das ist der Editor. Den können wir uns auch bei Gelegenheit nochmal anschauen. Hier gibt es eigentlich echt einen ganz coolen Karten-Editor, wo ich aber gestehen muss, dass wir den eben nie ausprobiert, also nie richtig benutzt haben, weil das viel zu viel Aufwand war oder wir zu faul waren. Das steht hier jetzt nicht. Bombardierung. Bombardierungstaktik. Nee, das ist eine Zusammenfassung. Luftkampf. Das steht jetzt nicht direkt. Gut, Berge. Hier steht, die Bodenarten haben damit keine Auswirkungen auf ihre Flugzeuge. Berge stellen jedoch für die Flugzeuge des Ersten Weltkriegs ein entscheidendes Hindernis dar, da sie nicht in großer Flughöhe fliegen können. Überprüfen Sie sorgfältig die Flughöhe, bevor Sie Berge hinwegfliegen. Okay, gibt es hier ja auch nicht. Gut, die starten noch nichts. Können wir hier mal die Zeit ein bisschen beschleunigen. Vielleicht hätte ich die Front bombardieren sollen? Ich weiß es nicht. Okay, hier starten jetzt wahrscheinlich, das sehe ich noch nicht, die Abfangjäger. Für meine Bomber. Die fliegen gleich, die sind ungefähr gleich schnell. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Jäger, obwohl sie die gleiche Geschwindigkeitseinstellung haben. Nein, das sind Bomber. Aber mit Begleitschutz, das ist interessant. Die kriegen jetzt gleich hier die zweite Jagdstaffel auf den Hals gedrückt, wenn ich weiß, wohin die fliegen. Okay, das werden jetzt aber Jäger sein. Ja. Die Jäger sind auf jeden Fall hier unten hin unterwegs. Das heißt, wir können hier schon mal... Äh, weiß auch hier. Ich intercept den mal. Beiden lasse ich dann angreifen. Bomber Highbreeze was delivered. Okay, dann haben wir schon mal... Äh, new flight plan. So, und ihr zwei... Accept. Textspeed. Er kommt noch zurück. Das ist ganz praktisch mit dem Treibstoffverbrauch, dass man das so gut sieht. Das sind drei, das sind auch drei. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht den Computer kämpfen lassen sollte hier. Weil ich Angst habe, dass wir sonst... Dass die uns sonst fertig machen. Ach, komm, wir versuchen es mal. Äh, welcher bin ich der? Das sieht schon mal nicht gut aus. Nein, alle weg. Okay, das war's. Alle abgeschossen und wir haben, wie man hier links sieht, ein bisschen Schaden gemacht. Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, hätten wir gar nichts gemacht. Das probieren wir jetzt aus beim nächsten Mal. Ah, die fliegen jetzt aber zurück. Abgefangen haben wir sie auf jeden Fall. Haben nur beträchtliche Verluste erlitten. Okay. Änder das. Greif den an. Okay, die Bomber fliegen jetzt wieder zurück. Lass die jetzt mal so kämpfen. Okay, hier kommen die nächsten. Oh ja. Drei Bomber, zwei Jäger. Das heißt, können wir gleich mit denen abfangen, da warten wir aber noch mal kurz. Na, das hakelt jetzt. Das sind wirklich nur drei Bomber. Eigentlich müssten die anderen da ja jetzt auch angekommen sein. Schauen wir mal. Jetzt wird hier gekämpft. Okay, so wie es aussieht, hat der eine Bomber, haben die beiden Bomber zwei Jäger abgeschossen. Okay. Das habe ich irgendwie reichlich unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Die sind ja richtig super. Da kann man ja fast gar nichts mehr gegen machen. Ich weiß nicht, ob... Naja. Gut, zwei Bomber, zwei Jäger abgeschossen. Und ein Bomber dabei draufgekommen. Wir haben auf jeden Fall erhebliche Verluste erlitten. Das hat diesmal anstandlos geklappt. Das heißt, die hier... Kann ich die noch mit denen abfangen? Jo. Ich fange die mal noch ab. Ja, das ging halt früher in Wirklichkeit nicht. Also, da gab es ja... Ich glaube, im Ersten Weltkrieg gab es da überhaupt Funk. Ich glaube nicht. Die waren einfach... In der Luft war in der Luft. Ich mache jetzt hier mal. Das wird mir irgendwie ein bisschen eng alles. Dann... Single Attack Destroy Target. Bombay den jetzt mal hier die Front. Ja. Schauen wir mal. Also... Das könnte man vielleicht selbst fliegen, aber es gewinnt ja auch der Computer. Und ansonsten... habe ich das Gefühl, die treffen einfach viel besser. Die fangen ja auch direkt an zu schießen, während man sich selbst noch orientieren muss. Das ist... Das ist gar nicht so einfach. Das ist heute in der Fuel to Land und wenn er fehlt... Oh... Stopp! Okay, flieg du mal zurück. Okay, die sind jetzt sowieso im Kampf. Das heißt, die werden drauf gehen. Da kann ich nichts mehr machen. Den einen jetzt da hinzuschicken, bringt auch nichts. Mit denen hier... Schauen wir mal. Okay, da haben wir gewonnen. Schauen wir mal das Squad an. Geht so, ne? Dann könnten wir dem eigentlich noch sagen. New Flight Path. Na, der kommt nachher nicht mehr zurück. Egal. Flieg zurück. Keine Jäger mehr. Die sind jetzt zum größten Teil Eiserhops gegangen. Das heißt, da hätte ich noch eine Staffel. Ich habe auch Angst, da die Bomber hinzuschicken. Was ist denn hier mit der Front? Hier kommen die Nächsten. Die Front bombardieren. Das sieht auch nicht gut aus. Schauen wir mal. Also Time is slow, das können wir ein bisschen schneller machen. Ja, die haben gewonnen. Ich fliege jetzt wieder zurück. Ich fliege auch zurück. Hier, die... Achso, hm. Okay, der ist kaputt. Wie lange dauert das, bis der repariert wird? Es gibt keine Piloten mehr, nur noch Bomber. Den können wir ja noch mal Tacke fliegen. Hm, der will das Depot bombardieren, glaube ich. Ah, ich glaube, der repariert langsam. Aber sehr langsam. Das heißt, die beiden. Könnte ich jetzt auch noch mal hier bombardieren lassen. Ja, das sieht wirklich komisch aus hier. Auch schon alles kaputt. Hier ist die Grenze auch stark nach unten gerutscht. Also ein einfaches Szenario stelle ich mir auch anders vor. Vielleicht hätte ich gleich hier bombardieren sollen an der Front. Ich weiß es auch nicht. Okay, noch ein Bomber. Es ist Luntron. Hier habe ich nur zwei, wenn ich die den Bomber angreifen lasse, gehen die drauf. Das bringt also nix. Bombardiert hier irgendwie eine City. Das bombardiert und fliegen wieder zurück. Hier die Front verändert sich gar nicht. Da verlieren wir auch. Ach, er bombardiert hier die Brücke. Na, nützt nichts. Jetzt die angreifen zu lassen. Die Bomber hier haben auch gut gelitten. Weiter bombardieren. Jetzt auch noch mal. Weiter bombardieren. Hier. Wieder Jäger an. Gut, davon habe ich ja eh keine mehr. Also, die beiden noch. Wir werden ja garantiert drauf gehen. Gegen drei feindliche Jäger. Die KI ist echt ziemlich stark im Luftkampf. Daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Das war früher auch so. Kann ich hier mal die Bomberverteidigung ausprobieren? Das hat ja letztes Mal schon fast besser geklappt wie der Luftkampf. Hier kommen die nächsten. Da ist nur noch einer. Wenn ich den jetzt rüberschicke, bringt das auch nichts. Weil ich stark vermute, dass der im Flug nicht repariert. Wartet er hier jetzt? Wartet auf den Bomber? Also, die wurden jetzt abgeschossen? Vermutlich. Er wird jetzt auch bombardiert. Hat festgestellt, dass das nichts bringt. Und fliegt jetzt wieder zurück. Dreht er jetzt nochmal bei? Nein. Aber der wird jetzt den Flughafen bombardieren, richtig? Bringt dann ja alles nichts. Dann mal alle raus. Kann ich hier noch irgendwas bombardieren? Die Brücke ist eh weg. Aber, okay, dann kann ich da an der Front sowieso nicht mehr viel machen, vermute ich. Dann sollte ich jetzt erstmal hier die Front irgendwie bombardieren. Weil die rutscht ja auch verrückt weiter. So, Truppen kommen irgendwie nicht so richtig weiter. Ne, der bombardiert das hier. Ist das ein Village? Kann ich mir hier irgendwas angucken? Ne. Escape for Clipboard. Äh, show all flight paths, save, restart, display, help, window, surrender, overview map. Ach so. Sieht ja auch gut aus. Ist aber irgendwie, ich finde das komisch, dass man hier als Kaiser Wilhelm gegen Oswald Bölke kämpft. Also, hm. Ich meine, es ist ja Frankreich gegen Deutschland. Oder das Kaiserreich. Wie auch immer. Das ist merkwürdig. Ach so, wenn man im Clipboard weiß, die Teilen wieder slow. Okay. Gut, jetzt haben wir hier bombardiert. Das scheint ein bisschen was gebracht zu haben. Eventuell können wir hier noch was retten. Die Front geht jetzt nach oben. Was ja gar nicht so verkehrt ist. So, jetzt habe ich hier, äh, hier nochmal wieder Bomber. Kann, kann ich die dazu packen? Ah, okay. Das war mir nicht bewusst. Okay. Will ich aber nicht. Die brauche ich. Information vielleicht doch was. Ich hätte jetzt gedacht, das bringt alles nichts. Aber nochmal defensiv. Decept Enemy. Den. Bei denen die beiden, ups. Bomber nochmal. Bei Target und greifen hier noch mehr an. Hier hat es die Front hier immerhin schon mal ein bisschen bewegt. Wie viele sind das? Zwei Bomber und ein Jäger. Also es gibt auch immer nur die gleichen. Also die Bomber sehen ja auch relativ gleich aus. Also es gibt keine unterschiedlichen Jäger, unterschiedliche Bomber. Das ist irgendwie immer alles das gleiche. Äh, jetzt müssen die hier irgendwie selber klarkommen. Mit Bombern kämpfen. Ich hätte Bomber dazu packen können. Ich weiß nicht, ob die dann gleichzeitig kämpfen können. Ich glaube nicht. Wird das noch angegriffen. Dann hoffentlich das hier noch ein bisschen. Hier kommen die nächsten Bomber. Die müssten wir dann mal hier abfangen. Die Kollegen sind auch wieder zurück. Und der scheint repariertär zu sein. Decept Enemy machen wir hier Offensive. Cautious. Ich habe eben Defensiv gelesen. Dann machen wir hier trotzdem Offensiv. Vielleicht muss ich gleich auch mal im Handbuch lesen, was der Vorteil ist von meinem Spieler. Kaiser Wilhelm ist das ja jetzt in diesem Fall. Okay, da haben wir gewonnen. Einer hat überlebt. Okay. Aber wir haben gewonnen. Das ist ja auch schon mal gut. Hier wird es grün. Geht es ein bisschen weiter. Das heißt als nächstes werde ich mit den dreien... Hallo. Gehe mal als Begleitschutz mit. Der bringt eh nicht so viel. Destroy Target. Hier bombardieren. Hier sind gerade eh keine Bomber da. Er fliegt zurück. Na gut. Er hat jetzt natürlich den Nachteil, dass er den weiten Weg hat. Hier rechts ist es... Keine Ahnung. Da ist nichts mehr zu gewinnen. Müssen wir zusehen, dass das hier nicht runter geht. Sondern dass wir von hier jetzt langsam nach oben gehen. Das war eben viel mehr grün. Ist jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr grün. Dafür sind wir jetzt hier ein Stück weiter gekommen. Mal schauen. Das ist ja auch schon nicht schlecht. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, ist das eigentlich eine ganz gute Zeit. Ich mache mal auf Slow, die Folge zu beenden. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.